Hey Leute, wie geht's euch? Mein Name ist Sound of a Gap und das ist Destiny 2. Und natürlich wieder mit dabei, mein Bruder. Hi Leute. Genau, wir sind zurück. Ich denke wir sind auch bald am Ende mit der Roten Schlacht. Wir müssen uns nochmal ein bisschen um Tum auskümmern. Und da schauen wir gleich mal genau, was es denn so ansteht. Nebenmissionen waren soweit keine mehr, soweit wir das wissen. Also keine Abenteuer in irgendeiner Form. Das heißt, wir werden direkt weitermachen mit der nächsten Hauptmission. Die ist hier oben bei dem Flugschiff, was wir letztens lahmgelegt haben. Ungebrochen. Finde Tumos, den Ungebrochenen, und hol dir seine Schlüsselcodes, was auch immer dafür nötig ist. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wofür diese Schlüsselcodes wirklich notwendig sind. Aber wir düsen mal direkt so in die versunkenen Inseln. Der Auftrag ist, dass wir mit dem Flugzeug da hochwählen sollen, zu der Allmacht, und die dann kaputt machen sollen. Ach stimmt, so war das. Wahrscheinlich brauchen wir die kurz, um das Flugschiff zu starten. Hm, das macht Sinn. Oder um Zugang zu kriegen zur Allmacht. Ja, okay. Dann, wie gesagt, düsen wir mal zehn versunkenen Inseln zur Landezone. Und fangen einfach an. Da sind wir. Achso. Achso, da bist du, okay. Jawohl, das Ziel ist da lang. Und dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal los. Oh, ich habe schon wieder so wenig Schuss. Das ist total komisch. Äh, wo müssen wir... Da hin. Bitte. Na dann. Na dann. Geht's gleich weiter. Okay, so, ein neues Ziel. Ich finde Tumor aus den Ungebrochenen. Wahrscheinlich der Endboss sein. Ich bin noch nicht da. Bei mir ist ja wirklich mal schwarz. Habt ihr das schon gesehen? Ja, ja. Na dann, legen wir los. Ich bin noch ein neues Ziel. Huch. Sorry. Ächion-Feste. Ich würde sagen, man spricht das Ächion aus. Walsch Knopf. Irgendwer... Ah, ich schütze mich auch schützt. Ich wundere mich schon mal, ob ich hier so wenig Energie habe. Na. Danke. Ich konnte irgendwie nicht messern. Ach, da oben. Okay. Also eigentlich dürften wir keine Kisten mehr verpassen, weil ich sehe, dass sie auf dem Radar mittlerweile. Ja, das ist sehr schön. Die Brücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Na dann, gehen wir mal hier ran. Ich will meinen Panzer wieder haben. Okay, ich habe die Karte. Lass uns Thomas fehlen. Thomas? Habt ihr gesagt Thomas? Ihr habt nicht gehört. Äh, was? Versuch einfach auf das Schiff zu kommen. Das haben die schon tausend Jahre. Ach so, ich sag schon, wir sind noch ein bisschen auf dem Schiff drauf. Ach, wir sollen da drauf. Ach so. Soll doch nicht so drauf, oder? Wird das echt? Ernst? Äh, ich kriege es nicht hin. Aber ich sehe auch vergleichsweise wenig. Uh, ich bin oben. Okay. Also ich bin jetzt über den, äh... Also die Sonne blindet, deswegen. Wird das hier wirklich gegangen. Das ist da. Genau. Da drauf und dann von daraus hier rauf. Aber wo müssen wir? Ach, wie? Ist man noch höher? Nee. Doch. Ach, da. Sag doch was. Ich hab schon gesagt, du hast schon zu mir geguckt gehabt. Sag das, hä, wie? Ach so. Und dann hab ich gesagt, ah, jetzt bist du ja, wo ich hin muss. Das Team, das ich an Tumos verloren habe, war gut. Einige meiner besten Leute. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Wie unser Licht ist aus? Ich denke, wir haben unser Licht wiederbekommen am Anfang. Hä? Ja, wir, aber die Hauptgruppe eigentlich nicht. Also wir sind der Einzige, der es Licht hat. Voll düster. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Immer? Wirklich? Immer? Was machst du? Ah, hab sie von... Ich schau mal auf die Bauchfälle. Ah. Ich hab's. Der Lüftungsschacht. Der sollte uns wieder auf den Weg bringen. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Ach, ist die eine. Das will ich doch schwer haben. Witzig, ich bin serialisch eigentlich. Hm, ich höre große Gegner über uns. Über den Wind draußen. Shit. Ich will das Ding hier... Ich wollte das Messer umschmeißen meine Granate. Das kann mich im Ernst sein. Ah, da hat man jetzt gegenüber was versucht. Oh, ist alles süß, oder? Ja, der Singularität wird mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Okay. Okay, ich werde den Schalt wieder zu meinem Blitz. Ist klar. Schießig, hat war kein Fein. Wow. Schauschüsse sollten so weit weg sein. Was ich nicht gesehen habe. Hier ist ein großer. Uh. Großes Tod. Ich habe einfach mal einen Super dafür benutzt. So. Hier war nichts willkommen. Schade. Gerade, oh, warte, ich kriege. Helm. Äh, Handschuhe. Aber da läuft etwas Blaus bei mir. Ich gehe da mal jetzt schnell hin. Ja. Hm, eine Waffe. Black Tiger. Stürme das Kommandodeck. Na, du Sack. Sorry. Wir sind fast beim Hangar. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Ich komme mal wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar rote und Tiere abschütteln. Das wäre ein Goldener. Ui. Das wäre ein Goldener. ñ Ich gehe aus. Ich gehe aus. Das war's für heute. Das ist ja auch keine Munition. Ja. Das ist ja auch nicht viel. Ja gut, machen wir mal auf die Tür. Gleich feuern, ne? Ist ja klar. Hat jemand um Unterstützung gebeten? Lauf dir, Nashörner! Wir wollen dich hier abschließen, wenn ihr keinen Besuch von dir wollt. Die ballert mit dem Flieger auf die anderen Leute hier. Sehr gut. Oh, der Geist! Ich sehe diesen komischen Geist, der um mich herum weht von dir. Ja, das ist etwa ne Stunde gerückt, dass ich drei Schatten habe. Ja. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hinter dir? Okay. Alles klar, Hüter. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumos für uns. Ich habe noch was Blaues. Oh ne, ne Pistol. Da gucke ich gleich mal nach. Warte mal. Okay. Oh, die hat einen ziemlichen Recoil. Aber lädt schon mal schneller nach, das ist schon mal gut. Versuchen wir es einfach mal. Oh, besser als die anderen. Die mich schnell nachladen ist echt super. Dann nehme ich auch den Recoil in Kauf. Das war meine. Das war meine, ja. Ich habe auch meine geworfen, deswegen. Ah, okay. Sehr schön. Aber das hat mich ziemlich viel abgezogen für eine Granate. Okay, das sieht noch ein Kampf aus. Ich gehe rechts lang. Da links. Da ist er. Letzte Rakete schon zu wissen. Ach ja, Rakete siehst du. Was daneben? Oh, ich habe durch seine Beine geschossen. What? Lef sie daneben. Alter, ich habe gerade so viel Kopf getroffen. Ich auch. Oh, stopp. Nein. Man spielt sich aufgang, glaube ich. Echt jetzt? Ich bin am Nachladen und es steht. Oh, das kann ich an Ernst sein. Ich habe ihn gerade gekillt. Alter, die Musik läuft noch. Jetzt auf zur Basis. Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht. Wir zählen auf dich. Das war saubere Arbeithüter. Ich werde dich in der Möglichkeit verbreiten. Oh Mann, ey. Diebstahl heißt meine Nächste. Ja, okay. Dann wurde die doch für dich beendet. Weil das ist auch meine Nächste. Toll. Wie gesagt, ich habe hier nichts bekommen. Äh, wie ist denn jetzt da oben? Weil ich hätte ja nur das Ende gesehen von dem Typen. Nicht mit dem Magazin. Ach so. Ja, der ist einfach nur gestorben. Fertig. Nichts fetter. Nichts Schönes. Irgendwas. Äh, wir machen jetzt einfach direkt gleich die nächste, ähm, Abenteuer. Vielleicht unten, oder? Genau. Kein Sicherheitsabstand. Die Rot-Legion-Basis ist voller Sprengstoffe, die noch gefährlicher sind als üblich. Finde und neutralisiere sie, bevor sie ins Spiel gebracht werden können. Na dann. Da du jetzt Host bist, kannst du das auch gerne anmachen. Ah, warte, warte, bevor du anmachst. Kommt zu mir. So. Gut. Jemand, auf den ich zählen kann. Die Kabale bewegen starke Sprengsätze durch diese Basis. Muss sie neutralisieren, bevor sie gegen uns eingesetzt werden können. Ah, wir müssen da lang. Ich denke immer noch, dass wir sie irgendwie einsetzen können. Aber ich überlasse Sloane die Entscheidung. So oder so, brauchen wir ihren Standort. Hier war irgendwo noch einer. Hier. Haben. Äh. Auf. Shit Gut Gut Gemessert Wer auch immer das war, hatte eine Lieferliste. Laut ihr sind die meisten Sprengsätze schon weg, aber ein paar sind noch in der Basis. Kein Problem. Sloan sagt, du kannst deinen Teleport-Saft benutzen, um sie an einem sicheren Ort zu detonieren. Teleport-Saft? Na du weißt schon. Ist auch egal jetzt. Dring in die Basis ein und finde den Sprengstoff. Teleport-Saft. Das klingt schon mal nicht nett. Nicht schön. Hier ist eine Kiste. Hm. Lieg nach links. Oh. Holy shit, alter. Was hinter mir? Nee. Okay. Okay, du bist oben, unten ist noch ein Scharfschutz da hinten. Okay. Klappen. Da hat ein Superhüt funktioniert ja. Sprengsätze entschärfen. Äh, okay. Warte, wir müssen noch einen Sprengsatz hier entschärfen. Ich mach mal schnell. Ich dachte, du machst das schon, weil du hier oben warst, aber... Teleportiert. Moment. Und... Hier ist noch einer hier drinne. Ja. Den mach ich auch noch schnell. Dann ist da noch einer, wo du bist. Ich glaub mir... Ich glaub, die hat hier oben die kalt gemacht. Müssen wir... Ich glaub wir müssen... Müssen wir da hoch? Keine Ahnung. Ich geh mal da hoch. Ja, muss doch. Okay. Habs. Willst du noch mal teleportieren? In der Nähe deiner Position befinden sich schwere Panzer. Verschwinde da, bevor sie online gehen. Oh, geht nicht hinter uns. Geht nach draußen, ihr zwei. Die Panzer sind draußen. Vertrau mir. Die Munitionen noch aufnehmen. Zack. Okay. Ja, ich hätte schon mal ein bisschen vorgeräumt. Hm, ich auch schon, ja. So was sonst... Der Centurion mit Schild ist nur noch hier. Ist so doof? Der stand hier, Alex. Guck mal. Hier stand der. Der stand so. Wow. Naja. Zwei Schüsse im Rücken tot. Äh, Centurion ist tot. Sehr schön. Hier liegt nichts. Ah, wir müssen darüber. Okay. Ah, wir müssen. Hoch, oder? Alter. Ja. Ne Ahnung. Oh, hier. Perfekt. Jetzt kannst du die Sprengsätze erneut teleportieren. Hawthorn, das nenne ich mal gute Improvisation. Oh, du machst es schon sehr schön. Okay. Ich werde alle Sprengsätze gleichzeitig scharf machen. Halte mich nah bei dir, um Signalstörungen zu vermeiden. Die Legion wird für jede Menge Störungen sorgen. Position halten. Diese Panzer sind ein zu wichtiges Ziel, um sie ganz zu lassen. Mh, komm gleich Gegner. Ach, die Sprengsätze scharf? Haben wir doch. Oder nicht? Ne, jetzt müssen wir nur noch halten. Gegner von vorne. Runde. Großer da oben noch. Gut. Links. Gute. 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 Uri's kommt zu dir, jawoll. wir haben nachladen Gute. Ja. Wolle? Ja. Gut. Wir können die Anmeldung von diesem Quartierwart für eine Fernzündung nutzen. Ihre Panzer mit ihrem Sprengstoff hochzujagen. Ich habe echt gute Ideen. Kann ich nicht widersprechen. Warte, ich muss das mit der Munition holen. Fass das Spiel. Ja, mach das. Ich hole nochmal schnell. Es war noch aber... Ich habe auch noch 30 Schuss mit meinem Hauptdewehr. Ha! Okay. Ich hatte immer noch über 300. Aber ich habe auch ein Automatik-Gewähr. Ich glaube, ich habe damit generell mehr Schuss als du mit deinem... Warte mal. Ich muss mal kurz... Der Panzerfass ist nachgeladen. Okay. Ich habe... 197 mit dem Scout. Ah, okay. Dann ist das kein Wunder. Und uns? Oh. Okay. Ein gut abgepasster taktischer Rückzug wäre wohl das Beste. So ungern ich auch weglaufe. Sloan hat recht. Verschwindet hier, ihr zwei. Es ist cool, sie sagen ihr zwei, weißt du? Dass die uns beide meinen. Hä? Ich glaube, die meinen eher uns und den Rechtern. Äh, den Zehner. What the hell? What the hell? Was ich mit euch? Okay. Shit. Okay. Ich fuhre mich mal ganz kurz um. Ja, ist Munition, wusste ich doch. Ach, ich bin schon voll. Gut. Jetzt ist da mein Pfeil. Ich habe ihn nicht ganz getroffen, den Typen. Oh, hier ist noch was Blaues. Rad ab, äh, Rad hinten. Ah, ist noch falsch. Begib dich in Sicherheit. Wir sind raus. Wir versuchen, den gestohlenen Sprengstoff zu finden. Abgesehen davon, gut gemacht. Diese Panzer wären ein großes Hindernis gewesen. Wir sind ein gutes Team. Das sollten wir bald wiederholen. Er sagt mir immer noch, ich soll hier lang gehen. Ah, jetzt. Okay. Oh, zwei neue Waffen. Cool. Nur eine Waffe und Handschuhe bekommen. Dann zum nächsten Abenteuer. Warte mal, wo sind wir? Wir sind da oben. Dann gehen wir gleich hier oben zu dem Abenteuer. Rot Legion und Schwarzöl. Zerstöre oder kontaminiere die dunkle Flüssigkeit, mit der die Kabale ihre Technologie antreiben. Du darfst wieder? Hüter, hör dir das an. Das ölige, schwarze Zeug in den Kabalrüstungen hat anscheinend mehrere Funktionen. Wenn wir uns auf diese Infos verlassen können. Du glaubst den Fakten nicht? Hydrostatisches Organogel beeinflusst den Gravitationsdurchsatz von Zweibeinern und Fahrzeugen. Das ist faktisch korrekt. Moment. Die Flüssigkeit in den Kabalrüstungen ist auch ein Treibstoff? Noch mehr Skepsis. Schieß auf ihre lächerlichen Helme. Analysiere die Ergebnisse und sie selbst. Aha. Sammle Organogelproben. Organogel. Ja. Der sagt, wir sollen auf Köpfe schießen, also Headshots. Warum weiß man nur Gegner dafür, wa? Ja, meine Methode. Aber hier ist niemand. Wir haben alle gekillt. Hier, Alex. Hier sind welche. Mist. Ich würde sagen, war das deine Granate? Äh, nein. Ich habe keine roten. Genau. Gut, das waren jetzt zwei von fünf. Da tun sie den Gegner. Hier hast du was, halt das hier. Ich noch mal ziehe. So, dann sind jetzt Gegner da oben und da drüben irgendwo. Gehen wir mal da hin. Nach, Juri. Bitte, hier. Das klang von hier nach ein paar Volltreffern. Oh, haben wir schon. Was war das für ein Echo bei den letzten beiden? Örtliche Interferenz. Ich registriere ein riesiges Lager von diesem öligen Zeug in der Orobas Vectora. Müssen wir hohe oder runter? Das ist die Frage. Ich würde schätzen wahrscheinlich, äh, kann auch nicht geworben lassen. Ich würde sagen, hoch, aber... Wahrscheinlich, ja. Boah, das war schön. Huch. Wenn die Kabale das Zeug im Schiff lagern, dann planen sie etwas Großes. Hast du genug Feuerkraft, um alles zu zerstören? Es zu zerstören wäre Verschwendung. Die chemische Zusammensetzung des Organogels beinhaltet Pfade zur Datenübertragung. Willst du damit sagen, dass ich ihren Körpertreibstoff hacken kann? Nein. Also, ja. Hör nicht auf, Asher. Vernichte das Zeug Hüter. Hör nicht auf, wie auch immer sie heißt. Sabotage ist die Lösung. Okay, ich bekomme euch mal das Erste hier. Oder auch nicht. Hä? Ich kann da nicht rangehen. Ach, hier ist sabotieren. Hä? Ach, das Zeil. Ah. Asher hatte recht. Ich habe eine einfache Endlosschleife in die Treibstoffversorgung eingeschleust. Wenn ein Gerät nun... Du hörst nicht mehr zu, oder? Aber ich höre zu. Schön weiter so, still und heimlich Jäger. Das Organogel ist keine Beute. Notieren wir das hier auch noch. Du bist recht, ich gedenkst. Okay, machen wir so. Ab da. So nicht. Schlafschützen. Schlafschützen. Oh, okay. Äh. Ich amotiere das Nächste. Oh, war blau. Es ist auch viel Schlafschutz. Ich war gerade amodiert. Ja, geht doch. Nach da oben, oder was? Hä? Also eins ist hier unten noch. Ich gehe mal da unten hin. Ist voll dort vorbeigelaufen. Bin ich... Was? Nach da muss ich hin. Oder? Ja, hier. Ich habe Ihren kompletten Vorrat sabotiert. Okay, jetzt zurück. Und erstaunlich wenig Zerstörung verbreitet. Wie ungewöhnlich. Wie ungewöhnlich. Alarm. Alarm. Ne, aber das ist ein bisschen spät, ne? Diese Kabalschwachköpfe werden ihre Unwissenheit in großem Stil beweisen. Ich kann es kaum erwarten. So wie ich die Legion kenne, werden sie die großen Wummen rausholen, wenn sie kapieren, was ihr angerichtet habt. Da oben sind die Gegner. Shit, viel zu kurz geworfen. Egal. Hä? Schützen rechts. Der müsste irgendwie Gegner sein. Ich sehe keinen. Locker Kampfgleiter hervor. Und wie machen wir das bitte? Ich weiß nicht, woher hin? Sehen da vielleicht? Ist das ein Kampfgleiter? Das ist auf jeden Fall kein Gegner. Ah, der holt. Ah, guck mal, da unten. Wir müssen nach links. Hä? Du lebst noch? No kidding. Hä? Das ist so schlimm. Okay, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Oh. Hm? Ah, da bist du. Halt. Oh, ich hasse das, was auf R1 auch immer diese komische Granate geworfen wird. Das ist total bescheuert. Oh, ich hasse das, was auf R1 auch immer diese komische Granate geworfen wird. Oh, ich will weitergehen. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Wie sie... Komm, wird Alex, komm. Den jetzt weiter. Oh, du schlemmelst die... Oh, komm, schau, Alter. Alter. Oh, das muss doch mal fallen lassen. Alles schön. Fuck off. Bisse. Gut. Können wir jetzt endlich weitergehen? Ich gehe jetzt einfach weiter. Ja. So werden wir ja... Oh, come on! Ich gehe weiter. Weil sie haben mir vorbeidufen, ist mir das surreal. Ey, der kommt ja echt... Oh, und ich bin runtergefallen. Äh, kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Runter. Asher, du bist ein Genie. Verschwende meine Zeit nicht. Was machst du denn? Ich bin unten. Da. Tja. Hier ist noch was gewesen. Hier war noch Dämmerlichtzeug. Zerstörung ist nicht das gleiche wie Sieg. Fühlt sich aber gut an. Gute Arbeit, Leute. Das geht auch für dich, Asher. Ein Durcheinander. Ja. Äh, fertig, Kater. Oh. Boah, Entschuldigung, die Flucht, ey. Also jetzt noch der Stützpunkt. Lass mal zur gewundenen Bucht gehen. Und dann das da unten erstmal machen. Achso, also. Ach, Blitze. Ich muss jetzt selber hingehen. 82.400. Naja, blöd. Alles, was ich jetzt kriege, ist also obendrauf. Ich könnte mal was kaufen. Äh. Ja. Okay, weiter geht's. Ja, aber wie gesagt, hatte ich schon. Da kriege ich jetzt nur eine größere Anzahl davon. Hm. Willkommen zurück auf Stützpunkt Hades. Der Spaß geht immer weiter, hm? Zum Glück sind Sie etwas von der Rolle. Die Rotlegion leidet noch unter dem Verlust von Gorn. Darum haben wir vermehrt Luftangriffe durchgeführt. Daraufhin haben Sie die Verteidigung der Basis mit einer Art Luftabwehrbeschluss verstärkt. Kannst du mehr herausfinden? Mit Sicherheit. Das Blaue ist. Ein Scharfschützengewehr. Schön. Nicht notwendig. Ah, wir sind ja hier wieder. Gut. Und weiter geht's. Äh. Da oben rein anscheinend. Ja, oben oder unten? Ich würde es drinnen. Gehen wir erstmal unten lang. Ich schieße den da oben auf mich. Eine Ahnung. Du hast recht. Warte davon. Sie haben überall Luftabwehrbeschütze aufgestellt. Und so paranoid wie die Legion dank dir geworden ist, sind sie bestimmt auch gut geschützt. Unten war es schon richtig. Äh, ich noch eine Kiste. Die ist über uns. Dann nehmen wir die hier schon mal holen, wa? Äh, ja. Jetzt war nur andersrum. Wir müssen ja andersrum. Sind zwei Kisten sogar. Scheinbar. Halt. Da sehe ich die zwei Kisten auf der Karte zumindest. Ach, Mann. Können wir da rein? Ja. Was? Über uns. Habt ihr geschiffen. Werde durchschießend. Habt ihr geschiffen. Gut. Messer den doch schnell hier. Und eine Kiste ist noch hier. Irgendwo. Hä? Was? Was hier? Scheinbar nicht. Was hier? Über uns? Geht es genau an der Wand sein? Genau hier. Genau da. Egal. Gut. Schlusspunkt durchsuchen. Na dann gehen wir erst mal hier lang. Weiter geht's. Ach, ich warte. Ich bleib mal. Controller ist schwach. Okay. Jo. Uh. Schön reingesprungen. Huch. Dank. Uieieiei. Sorry. Alles gut. Hm. Kommt gleich ein Kampf. Ja, alles nachgeladen. Gut. Halt. Fakettenwerfer auch. Jawohl. Ja, wir waren hier schon mal. Glaub ich. Ohne noch. Ausrüstung. Was? Wo bist du denn her? Gut. 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 Wieso von hinten? Hinter mir ist doch niemand. Ich hab mir eine Granate gebraucht und ich wünsche es passiert. Epsi. wir sind fast da aber alles ist gesichert wir haben sie wirklich paranoid gemacht klasse wird es sein wenn sie die geschütze erreichen und platt machen hier rein ja Oh Was hier unten liegt Hab ich, hab den Code Und was müssen wir jetzt wieder zurück Ja, jetzt müssen wir wieder zurück Und das Ding ausschalten anscheinend Aber ich brauche ja schon Munition Ja, können wir auch noch mal gucken Vielleicht hat er da was fallen lassen Ja, brauche Munition Sehr schön Ach, gerade so, ich schaffte ey Okay Die Energiequellen Der Geschütze haben auch Schilde Das ist doch wohl übertrieben Bring mich zu einer Konsole Ich kümmere mich darum Gegner Gut Hallo? War noch schon? Ja, war fertig Neues Ziel Luftabwehrgeschütze zerstören, sieben Stück Der Scharfschütze da oben? Hast du? Ne Knappen Knappen Lass mich mal an Wart Wart Ich schieße in die mit Raketen Der krank Wie zerstöre ich denn das jetzt hier? Muss ich einfach rangehen Ja, ich check mal die Konsole Mach du mal weiter Haha Nummer eins ist geschafft Sollte Are you kidding? Wird doch gehackt Hm Muss ich da aufschießen? Ja Okay Müssen da aufschießen, warte mal Gut Das war Nummer eins Hecke Du leckst? Hecke Ach Hecke Ich dachte grad nicht, dass du schon wieder rausfliegst Ey Die letzte Konsole Bin dran Gut Ah Darauf müssen wir schießen Okay, dann Geh ich mal Mach ich mich mal aufs äh Schießen Aaaah Fast runterfallen Gegner Gegner Ja 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 Ich schieße auf die Digger hier Hey Die Transportschiffe der Rotlegion sind im Tieflug über der Kirche. Schön, oder? Feuerwerk. Bist du da drüben hin, oder was? Da oben ist der Scharfschütze. Shit. Au. Ach, shit. Ähnlicher Köter. Oh, shit, wer schießt denn auf mich? Müssen wir erst kurz ein bisschen abhauen. Fiss dich. Ist nur einer. Ich hecke. Ich habe noch eine Rakete. Das war meine letzte. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir jetzt durch den Rest schießen. Dann nimm du mal das Scharfschützengewehr, wenn du kannst. Oder ziehst du mir ab, genau. Oh, ein Schuss reicht. Äh, zwei fehlen noch. Eins fehlt noch. Der wird mich alle seit. Wir auch nicht. Das sind alle. Aber so sehr ich mir auch wünsche, hier zu verschwinden. Da sind noch zwei Generatoren, die ihre schweren Panzer nachladen. Und du weißt ja, was wir von Panzern halten. Allerdings. Ja, steuern sich scheiße. Wann ist es, wenn wir nicht draußen? Mhm. Äh. Ist noch ein Gegner. Ich halte feindlich Panzer aus. Wie schalte ich denn aus? Einfach drauf schießen? Oder? Nee. Unter dem Panzer. Naja, hab ich fast gedacht. Genau da. Okay. Konnte ich denn an, hast du das Ding so explodiert? Kannst du mir wieder überleben? Du bist doch zu lange sonst. Ja, bin schon dabei. Na, da drunter. Okay. Ich seh nix. Das ist unsere Fahrkarte, weg von hier. Ich abbeziehre die Artillerie-Kanone. Erinnerst du dich an die große Waffe, die wir ausgeschaltet haben? Nein. Das Ding mit dem Uhrwerk. Sie ist fast wieder voll einsatzfähig. Ihr zwei fordert euer Glück ganz schön heraus. Manchmal ist das der einzige Weg zum Sieg, Dev. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Was ist denn das? Ist das wie das Bruchstück, wo wir unser Super gekriegt haben? Na, zumindest vom Moment aus so aus. Ich glaube, das ist das so, ja. Ach, hier. Nee. Hä? Was? Ich bin auf die Kanone oben rauf. Nee, können wir gar nicht. Kann ich auch nix machen? Was? Okay, ding. Ach so. Oh. Aha. Wenn ich schon's nicht einfach raufschießen. Na dann. Dir lang. Ich schalte die Artillerie. Jetzt müssen wir nur ausschalten. Ich hab nicht schon sabotiert. Jetzt muss man noch kaputt machen. Ich hab nicht. Perfekt. Wenn die große Kanone das nächste Mal feuern will, wird es für die Rotlegion nicht gut laufen. Wozu warten? Guter Einwand. Suchen wir eine Wartungskonsole, von der aus wir eine Feuersequenz starten können. rechts von uns und dann alle sind draußen okay nicht relevant ein bisschen darüber okay auch links lang laufen würde sagen nicht relevant so lange bis wir raus müssen es ist also wieder zurück wo wir her gekommen sind also wieder da oben das ist ja hier unten jetzt häng ich wieder schmerzt hast du die killt ja sind wieder hoch ja aber ja hier lang und das ist eine kiste irgendwie aber wir müssen schnell mal runter geradezu nicht will ich hack mich für die kiste haben dann hacken wir erst mal du kannst sie von der anderen seite schon was müssen wir darüber okay passiert schon das war schon darf ich vorschlagen das für heute gut sein zu lassen hat bevor sich die ganze basis auf euch stürzt hey du machst dir viel zu viele sorgen und level aufgestiegen wir sind ja wir sind ja immer noch level 20 grundlegend ja ich glaube ich werde das zum lehrerläufer machen also willst du jetzt zur farm zurück oder willst du noch das letzte abenteuer machen dann machen wir gleich das abenteuer c fließend energiegeneratoren in der rotlegion basis sind angreifbar aber nur für kurze zeit begib dich rasch in den unterirdischen komplex und schalte die generatoren ab können wir gleich mal eine schnellreise machen hier zur schlucht vielen dank fürs zuschauen wir hoffen es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten mal bye bye ciao